Diese Marvel Buddy Knocker Figur aus der Buddy Knocker Serie von NECA ist aus Kunststoff und ca. 15 cm groß. Sie benötigt keine Batterien, sondern fängt an zu wackeln, sobald Licht auf sie trifft. Dabei ist es völlig egal ob es künstliches oder Sonnenlicht ist. Diese Ausführung zeigt Captain America. Natürlich gibt es auch noch viele andere Ausführungen mit anderen Superhelden oder Bösewichten.